Jetzt interviewt ihr mich. Was ist dein Name? Und du? Was willst du ändern? Ich auch. Das ist gut. Und man merkt, es ist schon ein bisschen bewölkter heute. Deswegen sind ja auch nicht so viele Leute draußen. Wir werden sie irgendwann finden. Als hart auf hart kommt, muss ich irgendwelche Pärchen fragen. So, wir haben die erste Mal gefunden. Was ist dein Name? Catalina Cortes. Catalina Cortes. Und du? Lisa Zitron. Lisa Zitron. Wie Limon, Zitron. Hi. Mein Englisch ist nicht gut, aber ich werde versuchen. Es ist okay, es ist okay. Wir haben dich verhindert, dein Essen. Gehen wir zur anderen Seite? Ja, sicher. Ist das dein Schokolade? Was ist dein Name? Samuele. Samuele. Where are you from? Switzerland. Du sprichst du Deutsch, oder? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Just French. Ah, just French. Ah, okay, okay. Was ist dein Name? Stefanie. Wenn du die Wahl hast, etwas auf deinem Körper zu ändern, was wäre es? Es wäre das Teil von meinem Gehirn, der mich nicht sicher macht. Die Frage ist, wenn du die Möglichkeit hattest, etwas auf deinem Körper zu ändern, was wäre es? Ich denke, meine Beine. Ich möchte nichts sagen, aber... Kann ich nichts sagen? Du kannst auch nichts sagen. Ja, nichts. Ich bin das, was ich bin. Und ich bin sehr gut damit. Was ist mit deinem Körper? Ja, weil ich ein Fußballspieler bin. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich denke, manchmal denke ich. Aber wenn ich etwas verändern kann, vielleicht ist es für die soziale Kultur oder so. Nein, weil ich es nicht mag. Wir sprechen über warum, und du? Okay. Ich weiß nicht. Ich habe viele Komplexe in meinem Leben, aber ich glaube, dass ich nichts verändern würde. Okay, okay. Ich fühle mich, dass ich mich als Person verändern würde. Und ich würde das nicht wollen. Ich möchte das nicht. Massive, massive leg, you know? Für mehr speed. Okay. Du verstehst? Du verstehst? Ja, sicher. Wie Ronaldo leg. Ja. Ja. Und natürlich, ich muss manchmal arbeiten, um mein Körper zu sein, um zu sein, um zu sein, um zu sein, um zu sein. Aber ich gehe zum Gym und alles. Aber ich bin sehr glücklich mit mir selbst. Ich habe vorhin eine Phrase, die gesagt wurde, dass dein Körper sich um deine Neues zu verändern. Warum ist das Teil des Gehirns? Warum? Ich denke, es mich an, manchmal zu verändern. Es ist etwas, das ich nur in dem Moment mache. Manchmal kommt mein Gehirn mit Erklärungen. Und es ist etwas, das ich durchführen kann. Aber es dauert ein bisschen Zeit, aber es wäre cool, einfach nicht zu haben. Vielleicht ist nichts. Ja, das ist auch schön, okay? Ja. Du musst mit deinem Körper leben und dich glücklich sein. Also bist du komplett gut mit deinem Körper? Du wirst nichts ändern? Das ist okay? Ja, vielleicht. Ja, das ist schön zu hören. Ja, das ist schön zu hören. Ich würde meine Augen ändern, weil es ein Seabed ist. Ja, mir auch. Das ist gut. Ja, okay. High five für das. Die meisten Menschen denken über ihre Nose, ihre Augen oder ihre Bellen. Ich würde gerne mehr Haut haben, vielleicht. Du kannst ein paar Supplements haben und dann können sie auch ihre Haut haben. Genau, ja. Du sagst, dass du nichts ändern würdest. Aber warum? Ich denke, dass viele Menschen in ihre Leben machen physische Veränderungen. Und das ist cool. Aber für mich persönlich, ich fühle mich, dass es einen essentiellen Teil von mir verändern würde. Aber ist es besser, kleine Leger zu haben? Ich weiß nicht. Ich denke nicht. Okay, okay. Ich würde lieber eine Ronaldo Leger haben. Ja, wir können immer für diese perfekte Image gehen, aber ich denke, dass es nicht so wie eine Perfektion ist. Also, ich denke, ich bin einfach glücklich, dass mein Körper mit meinen Däts von heute Ja. Also, du würdest nicht ändern würde, wenn du glücklich bist, oder? Ja, ich denke, wir müssen sein. Me, persönlich? Was würdest du ändern? Fuck, ich habe nie gedacht, dass das so. Bro. Okay, okay. Dann lass mich denken über das. Ich hab' den Mikrofon. Jetzt bist du mich interviewiert. Ja. Was ist dein Name? Sebastian. Ich bin aus Austria. Ich habe ein paar physische Dinge, die ich ändern würde. Ich würde meine Augen ändern, weil ich schlecht sehe. Ich sehe sehr schlecht. Ja, ich denke, es sind meine Augen, die ich ändern würde. Und du? Gehe, Geheeres. Was willst du ändern, ha? Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die meisten oder viele sagen würden, dass sie nichts ändern würden. Das habe ich gerade gar nicht gedacht. Oder die eine, die meinte, dass sie irgendwie einen Teil von dem Gehirn ändern würde, um jetzt mehr impulsiver zu handeln und weniger Angst zu haben. Sehr, sehr smart. Ich dachte eigentlich an so, ja, meine Arme sind zu schmal oder mein Bauch ist zu dick oder so. Aber mit dem habe ich nicht gerechnet und das war auch super spannend. Und die Möwe, Alter. Die Möwe, die macht gerade Übelfaxen hier. Naja. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr an einem Körper ändern würdet und warum. Das würde mich mal sehr, sehr interessieren, weil jeder hat irgendwie Unzufriedenheiten und deswegen wäre es mal richtig, richtig geil, da mal mehr Transparenz zu zeigen. Wenn euch solche Art von Videos gefallen, dann lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da. Das tut euch überhaupt nicht weh, sondern hilft mir nur. und abonniert diesen Kanal gerne für mehr. Und wir sehen uns immer am Sonntag um 18 Uhr hier. Also, adios mi gente. Haut rein. Dann. Dann.